Lenkungsendschlag ist jetzt montiert. Der wird montiert ohne den Kunststoffring. Der ist nur dafür da, dass die Manschette dann darüber gezogen werden kann. Und zwar wenn der drauf ist, dann kriegst du den Halter nicht mehr drauf. Also wenn du jetzt hier die Schraube reinsteckst, dann ist einfach zu wenig Platz da. So machen wir den wieder weg. Wenn du jetzt die Manschette darüber machst, dann schiebst du es einfach oben drüber und machst dahinter ein Kabelband drüber, so wie es auch tatsächlich war. Und dann hält es auch. Dankeschön. Ciao.